herzlich willkommen youtube zu einer neuen folge helldivers 2 mit das tony und mit itt halli hallo guter und und zwei randoms na die haben verlassen und zwei nicht randoms und extreme kälte umherstreifende kreischer er ist ein bisschen abseits landen damit wir unseren kram holen können so ist es muss durch mir luftschlag war ich im überlegen das ist nicht mehr mitzunehmen ach quatsch was ist das aber ich verstehe vorher ja okay das kann man nehmen schienen kanonenschlag nehmt man bitte mit natürlich nehme ich den mit auf jeden fall jetzt noch ein rucksack oder nicht mehr als wichtig können wir auch damit na ja ich jetzt ein flammwerfer mit dem flamm user ja muss irgendwas trinken ich habe so einen trockenen mund drückend war alter jetzt was die aufnahme abgebrochen ich wollte mich auf stumm machen habe ich verklickt hol da wenn man draufklicken ja abbrechen ja ja ist egal ob er mich jetzt trinken ist das scheißegal nee nee das ist mir nicht egal weil er darf nämlich keiner hören darf das nicht hier brennt es auch direkt oh ja wir haben eine neue pump gun freunde ach ich habe die noch nicht ausgerüstet ich nicht nee ich gehe mal gleich hier vorne hin ähm oh shit auf geht's na warte mal eben was was ist hier denn jetzt habe ich mir in so eine pflanze reingelaufen ey vorbereiten auf vernichtung vor dem karten lager verwende luft und zerstört was soll denn das jetzt hier so ein stress jetzt kommt doch direkt ein nash da ist da denn hinter mir jetzt explodiert so ich habe alle kaputt gemacht was willst du von mir ich ich nix tu du bist doch kein fein mir ich nix ich sterbe tot ja man trifft hier nix er muss sich wiederholen ich habe meine flamme auf auch nicht genutzt er hat das auch schon wieder wumpitz ey warum holt er dich nicht wieder mich holt keiner wieder ich habe mich verarschen Alter ich wollte mich verarschen ich habe euch beide geholt meine schienenkanone leider schon benutzt alter was ist das hier junge warum ist so viel los und wo sind die leute wenn man hilfe brauche der dicke kann davon auch gestand werden wie geil ist das denn von den blüten der rennt ich werde hier voll gerotzt von ihm wie sonst von den scheiß viechern ja so jetzt ist die achterbahn Alter ich bin schon wieder tot ok tolle achterbahn musst du ein bisschen in deine richtung fliegen bei der konnte ich nicht bewerfen ich weiß gar nicht in welche richtung ich da muss siehst du auf karte dann gleich ich bin der brand einfach kannst du ihm klettern alter also manchmal will mich das spiel echt zur weißglobe bringen ja nur dich alter wenn du siehst was ich da hinten am stecken habe ich freue mich es benehm dir aufgeteilt äh äh ne wir benötigen ein geschütz markiere karte nördlich warte die kommen echt hinterher will ich mich am arsch wieso trifft das denn hier ich bin grad am daten hochladen hauptsache sind die leben wieder weg ich bin kotzen ja kann helfen kann einfach nicht aufnehmen weil da eine leiche liegt weise t Ich weiß nicht, wer grün ist, aber der macht gerade einen Scheißdreck. Hier liegen überall Proben, die er nicht mitnimmt. Okay. Drei Stück neben ihm. Das ist schön. Was ein Arsch. Ich weiß nicht, warum die Leute sich dafür nicht interessieren, für den Kram, weil das brauchen wir doch alle. Das habe ich ja schon ganz oft erlebt. Dass die einfach an der Scheiße vorbeilaufen. Ja, wirklich. Obwohl das angezeigt. Oh, fuck. Eike, ich sterbe. Mit Proben. Warum? Ich bin in so ein Wasserding gefallen und das ist ganz tief. In so ein Wasserloch. Ja, die sind weg. 1-1, Gott sei Dank nur. Schicke einen Adler rein. Backtunnel durchbruch. Das ist jetzt ärgerlich. Siehst du, ist das Wasser bei dir da? Ja, das ist nicht gut. Er hat mich ja schon gelandet, weil man mich da hingeschmissen hat. Ja, ich konnte es nicht sehen. Anfliegen, ich komme nicht raus. Ich sterbe wieder. Ich habe mich da wieder reingeschmissen. Ja, teammate. Ertrinken. Alter, jetzt lade ich nach, obwohl die Waffen noch voll waren. Die wird es mich verraschen. Aber die Pumpkan schießt immer dreimal und dann musst du quasi so restockt nachschuss. Okay, also wenn er so gedrückt hältst, ja. Ja, musst halt nochmal drücken. Aber du machst das so wie er und machst, warte. Halbautomatisch. Du drückst halt jedes Mal beim Schießen. Trankgranate da hingeschmissen. Oh, die macht aber auch gut Feuer. Ah ja, schön. Toni, geh nicht in die Zielrichtung von der Dings. Von der Dings. Ich habe keine Ahnung, wo der Knochen steht. Der oben. Schmeiß was rein. Ich habe auch was rein. Alter, alle schmeißen was rein. Wir verarschen. Nein, ich und du. Nein, du und ich. Nee, drei Dinger waren da drin. Die Streubombe, die ist schon nice, da kann man nichts anderes sagen. Da ist Moni bei mir. Überall drin. Der ist gestorben. Schön. Hinter mir die Moni weg. Hier ist eine Moni, hier ist eine Moni bei mir. Ja, da wo ich parkiert habe. Ja, okay, ich gehe hin. Ja, da hat er sich gesnackt. Top, danke. Ja, bitte. Toni, du brauchst einen Schildgenerator, ne? Ja. Bleib stehen, komm, ja. Ja. Wo bist du? Oben. Okay, ja, ja. Hier. Danke. Brauchst du noch? Nee, Flammenwerfer brauchst du nicht, ne? Nee, aber ich kann den Granatwerfer anbieten. Ah, ich brauche den selber. Der dritte stärkere Mann! Oder von sterben kann man nicht, man hat sich auf die Seite gedrückt. Zumindest habe ich dann festgestellt. Scheiße, die ist nicht so gut gefallen. Nein, jetzt habe ich auch sind hingeschmissen. Oh Mann. Aber wenn man das nicht angezeigt hat, das Ding so schnell. Das haben wir hier noch rein. Der Boden ist hier bei mir wieder verpackt wie Sau. Alter, ich bin hier mittendrin und es wird Kram immer auf mich eingesetzt. Was ist denn das immer? Ich habe keine Ahnung, was wir... Okay, die Feuerpump-Gunt ist für die Fliegeldinger ziemlich nice. Alter, ich... Mal, jetzt schaltet sich mein Fernseher aus. Weiß nicht, wer... Ich kann nicht sehen, ich bin in der Map verpackt. Ja, ich kriege von allen Seiten. Nee, die anderen... Sprung dir jetzt, du kackgestalt! Das ist doch nicht mehr normal. Oh, ich habe ihn aufgebockt. Was war denn das? Das ist schon wieder. Oh, der ist down, oder? Nee. Jetzt aber. Hinter dir, hinter dir, ich kann nicht schießen. Nicht mehr zünden, bitte. Nee, ich weiß. Jetzt verbrenne ich dich. Ich brauche unbedingt Nachschub, Alter. Oh, haben die geholt. Wo? Oh, die haben was gepinkt. Ich brauche mal Granaten. Hier ist eine Munition, Eike. Kann ich nicht mitnehmen. Ich brauche Granaten. Ich habe keine Granaten. Ja, Vorred hatten wir. Alter, das ist ja mega geil, die Pumpgun. Oh, schön. Wer hat da denn das Ding da reingeschmissen? Ja, die sind echt geil, ne? Äh, ich nicht. 500 Kilo Bombe hat da alles weggefickt. Und er rennt hier an der Kanone vorbei, wie nichts Gutes. Noch Proben. Ja, nehme ich auch gerade mit. Was haben wir denn? 9, äh, 12, 8, 4, äh, 0. Weiß, wie es einen Trick gibt, die Kanonenkugeln schnell zu transportieren? Nee. Die ganze Zeit nicht spammen. Nee, die ganze Zeit nicht spammen. Okay. Stimmt. Baut den mal links weg, bitte. Ja. Ich habe die letzte. Ich habe schon. Ich bin gleich da. Kann es liegen lassen. Stopp geht hoch. Das ist noch ein fetter. Der rennt aber auch immer spät, ne? Meine Güte. Oh, no. Das ist immer noch nicht. Alter, wo kommt er denn jetzt weg? weg hier alter mann ist der scheiß tot hier auf was kommt da denn jetzt schon wieder schöne kritze ich mache den capotoni nicht machen nichts meißen gar nichts auch noch nie gleich gibt die ganze proben auf das auch noch eine bei dir im du 1 ich brauche 1 diese vier stück okay so viel wie du brauchst ich bin durch aber spritzen bräuchte immer noch zwei bis drei spritzen so spritzen ja ich habe auch keine ahnung zwei bis drei ich kann ich jetzt eine nehmen dann habe ich nämlich nur zwei so meine ich alter klingt hier alter what the fuck über den zaun geslidet weiter das ist so geil mit der pump gun die fliege dinge da aus dem himmel zu holen aber er hat die verbrennen so und gar nicht so unter ich habe gerade den anderen damit gemacht ich habe den anderen gerade gemacht hat gemacht da muss das wieder zeitgleich gewesen sein ich habe extra durchsport vor 20 punkten eine halbe minute ja bei mir also noch nicht mal von einer halben minute war das ich habe auch keine granaten mehr auch mal hier hinterher lassen die beiden das nest machen wir gehen ich habe hier mächtig die internet die inter kontinental rakete starten so und jetzt haben wir es kann was kann wo wo die toni liegt ich habe vorräte geholt ich habe vorräte geholt oh das geht dir gar nicht gefallen oh mein gott hinter dir toni pass auf nest ja ich kann nicht schnell ich weiße meine dings ist abgeprallt pass auf im unterknüssen bohr ne oh tap wo renne ich dagegen fritzel mein gott er rennt nicht ich habe auch nicht wo ich diese scheiss schleimkacke habe du aux Wo ist jetzt die, wo ist die scheiß Dings gelandet? Die Versorgung, ich hab keine Muni mehr. Hier. Ich hab nicht mal wie es mir geht hier. Lade nah! Magasin leer! Alter, der lebt noch! Magasin leer! Man darf hier auch alleine kämpfen, die anderen Leute laufen sogar an einem vorbei und die interessieren sich da gar nicht für, ne? Ich interessier mich auch nicht für dich. Naja. Laufen einfach alle weg. Probe! Vergesst es! Das ist ja auch eine Probe. Komm. Nein, ich doch. Hier wo es hier so ein super dick ist. Ein super dick ist. Ja, ich such grad Munition hier im Lager, aber find nix. Find nur... Proben. Ich geh ans Terminal! Box! Südöstlich! Ah! Kommt ihr denn weg? Wieso muss ich die Hauptquest hier eigentlich gerade alleine machen? Ich war oben am Dings gerade. Ich hab das... Okay, er hat das schon gemacht. Ich bin am Terminus! Servus! Demonstrativ! Wir werden euch hier gleich gefüllt! Hey Muni, mir echt nicht schlecht, ne? Kann man schon wieder rufen? Ah, jetzt hab ich mich gesprepsig, Dussel. 30 Sekunden. Oh Gott, ich vertipp mich immer, ne? Ja. Oh mein Gott, numpty butt kick, hab mich, hab mich eliminiert. Wie kann man so hohl sein und mich nicht mehr eliminieren? Alter, du kackst grad richtig ab, internetmäßig. Ja? Ich hoffe nicht. Dann ist mir gut. Wie kann man jemanden hier eliminieren? Meine Proben hat er natürlich eingesackt, wa? Alter, kann da jetzt mal Gas geben? Okay. Schau mal gleich die Snickers. Das sind deine Proben auf der Karte. Oh, ach die im Wasser. Ja, ja. Ja. Vorräte. Ah, kannst du retten. Was ist das hier? Ach, die Plächer. Toni Vorräte liegen hier. Ach. Noch 20 Minuten für die Mission. Ich hab alles. Ich hab alles. Bis auf. Ja, Proben sehen ja an sich gut aus. Positioniere Pin, östlich, weit weg. Ja, ist okay, ne? Wenigstens die 4. Markiere Karten, östlich, weit weg. Ein Nest, was noch fehlt. Da hinten wahrscheinlich wollte ich wo sein, oder? Ja, die hat in meine Richtung gepinkt. Ja, ist da oben. Ich hab jetzt ein bisschen dahinter markiert, weil die das glaube ich nicht gecheckt haben, dass da noch was ist. Mhm. Vielleicht sind wir noch ein paar Proben unterwegs. Oh, das ist schon weitläufig, ne? Oh, ein bisschen. Ich finde das krass, egal wo du wann wie lang läufst, irgendwo knurren trotzdem noch Gegner, ne? Ist so. So. Feistliche Patrouille, nord-östlich, bestätigen. Schon ein bisschen krank. So. Alles nur easy smack. Ja. Wo sind die Proben? Dann sieht man uns loben. Oh, das waren einige. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Alter, da sind richtig viele Gegner noch. Hm. Wer ist kaputt? Es leuchtet ihn hier noch rot. Ist das Feuer? Ja. Mehr sehe ich hier so nicht. Ne, ich meinte auf der Karte. Ach's auf der Karte. Äh, jetzt nicht mehr. War das nur auf die Dicken, die hier waren, aber was? Das kann sein. Ich hab doch nicht auf die ältesten. Okay. Ne. Ich weiß es nicht. Ich bin da schön sammeln, mein Freund. Na, was kann ich machen, Alter? Können wir da mit? Ich bin da so nichts mehr. Wieso nicht? also nicht die sache ja jetzt kommen wir alle lauf zu uns aber nicht rum wir glauben ich hänge fest in der leiche nein jetzt bin ich gefallen also ich habe luftschutzung auf mich jetzt bin ich selber gestorben weil ich alter das ist ein das ist ein witz das ist ein witz ich springe aus der leiche raus muss gleich eben wieder spring aus der leiche raus und dann lässt er das ding fallen auf seinen eigenen arm und ich renne weg und das ding folgt nicht warum ja was weiß ich ja es wird kommen mohausen ich bin schon wieder tot ich wurde direkt voll gesabbert ich erkenne ja auch nicht wo ich gestorben bin weil hier alle leute sind und alles strahle so in die richtung wo ich den baller da ist jemand explodiert also ja ich bin gerade fest da lang ich bin schon wieder tot es ist zum kotzen ich gehe da nicht mehr hin ich lasse den scheiß jetzt liegen ich habe da keinen bock drauf ich renne da jedes mal alleine ganz kack da rein kannst du auch in der karte reinzoomen da siehst du wo lang ja ich hole da nichts wieder ich hole deinen scheiß das ist ja glaube ich nichts ich gehe da nicht mehr hin dann kommst du manchmal gar nicht durch dann helf mir jetzt sonst kriegen wir dein kram sowieso nicht brauchen wir nicht mehr es war ja nichts besonderes wir müssen halt nicht einsteigen das einzig was fehlt das ist ja gar nicht gehabt oder fast schon wieder gestorben was machst du denn mach mal dein orbitalding da auf ihn drauf ich hab mal Probe gefunden hier vorne wie kann ich da auch noch zoomen alter R1 L1 hier vorne hier ja ist nur mein Ding wo ist die Proben ich habe keine Proben gehabt dachte ich doch ich jetzt ja hatte ich doch gerade eben die ganze Zeit gesagt also ich meinte dass ich keine Proben dabei habe so habe ich das gerade gesagt also eigentlich hatte ich keine dabei also das ist duels die Sachen ich habe eigentlich nichts aber passt schon ich habe das zumindest habe ich da jetzt noch eine andere Probe gefunden ich habe eine Nebenquest haben wir nicht ne ich glaube wir haben so ein Pilzhaus nicht so ein Pilzhaus nicht ja so eine Pilzbevölkerung von den Fliegedingern Alter der 1 ist Level 96 nehmt die Buttkick nehmt die Buttkick nehmt alles krass krass wenn man die hat dann muss man die eigentlich auch mitnehmen das sind ja nun mal nicht viele aber das musst du halt immer wieder sonst kannst du nichts leisten ne stimmt wohl aber damit leute sagen wir dankeschön fürs zusehen lasst gerne ein bis zum nächsten mal rein war chaos heute so auf